Dieser gebrauchte Audi A3 steht hier zum Verkauf. Vier Personen haben in dem silbernen Zweittürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 124.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2009. Das Cabrio bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 105 PS an Einschaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,1 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017